wir glauben ja zurück karten chaos 2 folge zack letzte folge magier jetzt machen wir mal priester letzte folge priester gegner gehabt und da muss ich direkt auch mal ein priester ausprobieren das war ein tuff game ja mal ist das schön an du in gegen garos sieg oder tot das licht wird den sieg bringen ja so fixo man per an GioBug88 Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ruf seinen zwölfling bevor今年 in dieser Partie gestorben ist. Die da mit Kampfschreiei.... Warum nicht ne? Klar machen zum Enter! Starft Landratte! Geo, Geo, Geobuck Ah, komm Nicht gut Geo, 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 Geo Geo, 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 Geo Geo, 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 Geo Geo, 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 Geo Geo, 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 Ge Oh, gar kein Problem. Warum tut er mir so weh? Ich kann nichts tun. Ja, Lack gehabt, würde ich sagen. Gut gespielt. Naja. Na klar. Wütender Berserker OP. OP.